ja die hallo meine freunde herzlich willkommen zurück zu tiger and chicken morgen ja und einfach auch spiel fortsetzen und dann schauen wir mal was wir als nächstes tun wir mussten ja in den wald runter und jetzt müssen wir schauen was jetzt als nächstes passiert so hier haben wir jetzt eigentlich nichts gehabt oder hat der was nein aber mit weiter das ist ja schon wieder funktioniert nein da hat nichts okay gut dann können wir verlassen wie war das gleich wieder mit escape glaube ich genau so und dann schauen wir mal was als nächstes kommt ups wer da angegriffen äh gehen wir weiter ran da oh nein da kommen noch mehr und weiter ran da und hause weg hause weg hause weg vielen dank für deine hilfe ich fuhr so friedlich durch den wald da sprang der wagen über einen stein und weg war das rad dann kamen diese biester kein mensch weiß warum die jetzt wieder so wild geworden sind und haben auf dem rad herum gekaut und es schließlich weit weg und tief in den wald hineingetragen ach toll du siehst aus wie die schreck wie wird wie die schrecken aus meiner kindheit ich suche einen alten schaulin meister ich hab's eilig äh ja du brauchst nicht so ängstlich zu gucken ich gehöre nicht zu den schergen des kaisers ich bin nur ein gürteltier das sich als handelsmann durchs leben schlägt aha ich suche einen alten schaulin meister na komm hallo ähm ich glaube nicht dass hier irgendjemand wohnt der wald gehört einem grausamen drachen das weiß doch jedes kleine gürteltier ähm wenn du mein rad findest dann bring es mir bitte dann kann ich endlich wieder meine waren verkaufen ok wir haben jetzt die quatsch erhalten wir müssen den sein rad finden na dann gucken wir mal aber zuerst haben wir mal hier das zeug ein vielleicht haben wir ja und es ist was dabei die gesundheitsdrank haben wir bekommen da ist noch was ok vielleicht kriegen wir ja auch noch bessere waffe oder so irgendwo so da war auch nichts drin kann man den kaputt machen na da ist noch was ab äh hallo hallo ähm man kann dir das jetzt nicht nehmen ja hallo ich will das nehmen gib mir mir geht nicht oh die wollen die jetzt eigentlich gar nicht einsetzen naja nochmal schauen hat nein irgendwie bug was ist ein bug was haben wir da da steht was auf dem stein ne nichts also gut naja dann mein freund ja schön komm und du auch noch und dann auch noch ein so habe ich dir jede menge liegen lassen die freunde hier was ist gepflegt ah ich habe jetzt irgendwas rüstungsteilmäßiges bekommen Entschuldigung so dann schauen wir doch gleich mal was wir da bekommen haben da haben wir ein neues schwert ähm ich würde sagen das jetzt mal hier ein genau und rüstung ha das hat unser Schaolin schicken auch noch eine rüstung cool so was haben wir hier hinten auch ab gewertes amulett haben wir da gefunden einmal kicken ab gewertes amulett das chi hm ja wir machen ja eh auf nahe kämpfen dann brauchen wir eigentlich das weiterhin erstmal genau so dann kommt mein Huhn mein Huhn mein Huhn mein Huhn mein Huhn das mit diesem Geister Drachen auf sich hat mal sehen ob wir weitere Hinweise finden ähm sieh mal da hängt ein Zettel an dem Schild eine Liste von Opfergaben oder ein Rezept für eine Nudelsuppe ja Nudelsuppe ja Nudelsuppe 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 ja Nudelsuppe nudelsuppe hallo geht das nicht nein ok ähm Alle platt machen hier. So. So, so, so. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt noch mal zurück und schauen uns in der Nähe des Wagens um. Stufenaufstieg. Cool. Stufe 4. Und dann mal wieder irgendwas erhalten. Jo, der ist aber ganz schief flott unterwegs. Ja, mal kurz gucken. Ah, hier haben wir irgendwas. Das ist... Zeigt Gegenstände an, die ihr für Aufträge benötigt. Leckere Nudeln zu benudeln, Ginseng, Ingwer und Pilze. Aha. Was haben wir da? Nichts da. Ah, wir können jetzt wieder irgendwo einen Punkt reinsetzen. Hm, da brauche ich zwei Punkte, da brauche ich einen. Ich möchte auf Nahkampf gehen, also bleibe ich jetzt erst mal bei dem einen. Und dann haben wir hier noch einen. Da machen wir noch mal hier. So. Gut. Dann wieder raus. Ups. Wo kommst denn du her, mein Freund, hä? Tschüss. Tschüss. Dann schauen wir jetzt erst mal uns hier nochmal um wegen dem Rad. Und warum kann ich das nicht nehmen? Das ist echt komisch. Naja. Was man will, das hat schon... Halt, da haben wir auch noch was. Und da haben wir noch was zum Zerstören. Gut. Schauen wir mal irgendwo das Rad finden. Da oben ist irgendwas. Kann man da hoch... Irgendwie? Äh, nö. Hm. Kann ich jetzt auch wieder was zum Kaputt machen? du 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 naja dann schauen wir erstmal hier weiter und nichts drin gewesen nein so alle liegen da na und wir mann 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 ihr haltet ja sehr viel aus da ist noch mal eine truhe da habe ich das ohne poschen drin ne da war geflickter bla 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 was war das geflickte schaolin rüstung die was wir anhaben das glaube ich jetzt besser ja der 30 und die an die neue hat 20 aber 50 auf 15 auf focus oder auf magie naja Sommel auf die Bessie gesagt Kinder kommen ob es nicht so geht dann noch weiter oder ein Haus Rappen Türen kommt er auch auch wird elementar Mischer stark im Fernkampf Sehr schlechte Verteidigung. Oh yeah. Ja, dann wollen wir mal schauen, hä? Na, komm jetzt her. Ja. Gut. Ah, wir haben das Rad. Dann können wir das Rad zurückbringen. Schauen wir mal, was wir da als Belohnung kriegen. Na, hey, hey, komm, geh hin da. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade dann, wenn man mit Tastatur spielt. Da finde ich das Ding nix. Ah, nee, da kann man aufheben. Cool. Gesundheit plus A. Und du? Hast du etwas? Nö. Gut. Aber, ich habe, glaube ich, gesehen, dass ich ein neues Schwert habe. Äh, 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 plus, so, ja, gut, okay, da habe ich ja eh das gleiche dran. Okay, ist das. Dann haben wir da. Dann fehlt da noch ein Punkt für die nächste. Äh, äh, die Schlagkette, die Schlagkette wird um einen fünften Antriff erweitert, der 15% zusätzlichen Schaden verursacht. Ja. So, gut, jetzt gehen wir uns mal unser Rad ab. Du, 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 du. Ups, da war auch noch was gelegen. Gibt das auch noch mehr Gesundheit? Jawoll. So brauchen wir unsere Gesundheitstränke nicht nutzen. Das ist auch cool. So. Na, wo ist denn der Radbesitzer? Da ist er. So. Hallo. Hallo. Du hast mein Rad gefunden. Ich kann wieder reisen und Handel treiben. Hier hast du eine Belohnung. Möchtest du auch handeln? Ähm, schauen wir mal, was er hat. Da hat er was, was wir brauchen können. Hm. Okay, das, äh, wie verkaufe ich jetzt gleich wieder? Das ist das, was der alles hat. Okay. Die Waffen sind alle gleich. Na, dann mal Runde da. Gut. Das auch brauchen wir auch nicht. Haben wir ja das auch noch gehabt. Das kann auch rein. Das Amulett brauchen wir auch nicht. Genau. Dann war's das ja schon. Genau. Oh, was haben wir da? Okay. Gut, jetzt müssten wir normalerweise alles weg haben. Schließen. Dann nochmal schauen. Ja, ist alles draußen. Cool. Äh, was war jetzt das? Glasnudeln. Ah. Okay. Gut. So, aber jetzt, geh du da mal weg mit dem Karren, die vielleicht dann da hinkommen. So. Und weiter geht auf unserer Reise. Äh. 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 Na du. Und hopf. Und spring. Und hopf. Und spring. da haben wir so einen speicher punkt cool das spiel wurde gespeichert haben wird er mit ruhe stehen hauptgemer hallo ja wird ein amulett amulett ist auch nix ich werde jetzt mal die zeitengänge noch mal schauen da haben wir glaube ich alles getötet da war mal da kann man rüber da kommt man drüber springen nee gar nichts stehen ein paar aber naja aber was was war das sprung des tiges noch nicht gelernt oder was ich bin die ok der sprung des tiges noch nicht gelandert kann man da noch gar nicht lang na dann so dann mal aufmachen hier und was hast du was war das drin nichts gut nein jetzt habe ich die falsche taste gedrückt ok jetzt haben wir hier gespeichert und wir machen jetzt auch hier erst mal cut ja und vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal beim morgen und ich gehe zu gern bis dann tschüss